Ich bitte um Applaus für den Mitarbeiter des Jahres... ...Joseph K. Ich wurde an meinem 30. Geburtstag verhaftet und einem Beamten vorgeführt, der mir mit dem stumpfsinnigsten Hochmut weder sagen wollte, warum ich verhaftet wurde, noch wer das Verfahren führt. Führen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten. Jetzt. Sie hätten bereits vor einer Stunde und fünf Minuten erscheinen sollen. Warum? Gewalt und Drohung gegen Beamte. Bestechung. Urkundenvernichtung. Aufhandeln mit Todesfolge. Artikel 174 Verleumdung. Artikel 189 Angriff auf die sexuelle Freiheit und Ehre. Du Schlappe! Welches Verbrechen haben Sie denn nicht begangen, Herr Kahn? Ich bin das nicht. Nein! Denk doch an deine Familie! Nein! Sie sind kein besserer Mensch als ich! Sind Sie unschuld? Nein! Ich bin ganz und gar unschuldig. Aber nur scheinbar! Wie schön, dass du geboren bist, wie der Süd was er willst. Wie schön, dass du geboren bist, wie der Süd was er willst. Ich bin ganz und gar nicht und gar nicht und gar nicht. Vielen Dank.